Moin Moin und Willkommen zurück. Ja, bräuchte gar nicht nach Nollen laufen, jetzt geht's nämlich wieder runter. Oh, wo sehe ich gerade? Bin schneller als ein Centaur. So, und jetzt geht's anscheinend, ja, wieder zu der einen. So, da unten ist jemand draufgegangen. Oh, ich auch. Nee, doch nicht. Hey, cool. Ich dachte, ich wäre auch tot, aber das war nicht mein Zeichen. So, war da nicht noch jemand? Na, der hat sich wahrscheinlich schon geportet. So, wo ist er denn jetzt da? Na ja, da sind ein, zwei Gegner. Oh, 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 oh. Aha. Das sind so ein paar. Oh, das wird böse enden. Das hilft bestimmt, hier im Lager zu sein. Oh, was, womit schießen die da? Schatze, da hab ich mich verdrückt, kacke. Autsch. Mist. Ich sterbe vielleicht, ich sterbe vielleicht, ja. Ich versterbe jetzt. Verdrückt. Och, beliebt mich doch wieder, du. Ach. Okay, alles klar, die sind rein, drinnen. Da laufen alle gerade über mich rüber, ey, die Schweine. Naja, wir laufen ja schon wieder hin. Oh. 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 Bringt das was, jetzt noch diese Ramböcke zu zerstören? Wahrscheinlich nicht. Oh, da laufen die meisten jetzt hin, das verstehe ich nicht. Nach unten an dem. Ich glaube, in der Erwartung, dass das das nächste ist. Vieres Glitter am Boden. Autsch. Nein, ich werde verfolgt. Hallo. Nein, und verlangsamt. Ja, der hat mich gleich. Das spürt ihr noch Tage lang. Oh, die Metzen sind ganz schön nieder, die Schweine. Ja. Ja. Ja, und da werde ich niedergemacht. Ja, die Metzeln uns nieder. Aber der ist wieder weggebrottelt, ne? Ja. Mal in den Kranz landen, bei der Wüste. Wüste. Wüste ist doch da. Ja. Ja, dann gehen wir da auch hin. Weil alleine macht VVW. Ja. Weil wenn es so viele sind. Recht wenig Sinn. Mal in die Richtung. Falsche Richtung. ich sollte vielleicht auch mal hinschauen wo ich hinlaufe so lange wege daneben bei lesen buch weg marke wo ist er denn ganz wie komme ich hier rüber wenn ich hier rüber ja interessanter feuertempel da darf ich gar nicht lang oder da komme ich so nicht lang muss ich denn hier herum eventuell hier ob ich doch nicht sehenswürdigkeit gesehen ok ich jetzt fliegen ja ja recht hilfreich wenn ich mich wieder jetzt natürlich tiergefährte steht im feuer und diese portale kann ich nicht nutzen kommt man denn keine ahnung ob man und wie man da rein kommen kann wie immer die das geschafft haben also mit fliegen ja aber sonst kein schimmer bin ich rein so jetzt wahrscheinlich oder was jetzt erobert ist jetzt freundlicher bist du denn hier links in dieser blutstein bucht ist ein feuer tempel da ich will hoch ja ach ich kann ja gar nicht fliegen ich liege ganz in deiner nähe etwas runter würde jetzt zum aussichtspunkt da gerade er da wurde ja auch gerade hoch ist draußen ist er erscheint ein aufzug zu sein lassen es dann noch mal die treppe hoch da hatte ich ein aufzugsportal gesehen kommst du raus und draußen ist er ok ja und hier ist dann noch mal eine treppe weiter hoch komm mal die habe ich gar nicht gesehen so guck mal da ist er auch ja zumindest etwas haben wir geschafft boah das ist aber ein schnelles video die anderen sind voll langsam und voll schnell sich übergeben dämonen so okay versuche ich mal hier runter zu kommen schreien des feuers ist aber gehört uns schon segeln kann man aber mal mitnehmen so wo ist der jung denn jetzt ähm nicht mehr auf dieser karte wie es aussieht wo auf der eiskarte sind wir aber sehr dezimiert ähm da kannst du okay der ist unten rechts ja ja da 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 der andere weg ich glaube schon wieder falsch ach so den gegner ich sollte mich hier verpieseln das außen also wenn du vor der weg machen rechts über so eine kleine brücke da ist darüber gelaufen entweder bin ich jetzt als ziel markiert oder eben sowas aber ein kommandeur wird auch leicht gekämpft ich helfe zu diesem einkehr verstehe ich jetzt nicht wo ist er denn jetzt schon wieder hin irgendwie in richtung norden da meine güte kann man denn dahin ach der ist hier oben irgendwo ja im vor jetzt ist die frage wie komme ich da hoch das mich in ruhe du vogel freundlich sind freundlich die gegner jetzt schlau sind ja wissen sie und so nachbucht also müssen durch zwei feindlichen gebieten da kommen sie jetzt springen wir alle runter ich glaube wir flüchten die schweine das meinte ich dass sie uns den weg versperren ey und schon wieder zurück genau an der brücke stehen sie ja vielleicht war ich ja die ganze zeit die illusion ich bin schneller als ein centauer wurde wieder versetzt ich bin schon unser jetzt will er das lager 1 dafür brauchst du jetzt die vorwäte und das mit aufzubauen es ist ja geil da brauche ich die damit auch so ist schon daran geht da ich fühle mich gut was greifen die an mauer da sind gegner bei da oben die reparieren die tür wegen ist er eben gerade zur wand drüber gegangen dass er die wand kaputt haben so bei prozent 4 prozent erscheint aber auch ein guter trupp sich ganz näher an auf ins gefecht jetzt oben in den kreis rein so haben erobert Spür die Wut! Erfrischen, Zeit echten Schaden anzurichten. Wo bist du denn? Ah, ich hab gerade meine Katze reingelassen. Wurde angegriffen von deiner Katze. Böse Katze. Von so einem Wasservieh. Wo ist er jetzt? Über den Startpunkt. Jetzt geht es aber wieder zurück zu dem, was wir gerade erobert hatten. Ja, jetzt zieh ich gerade. Jetzt zieh ich gerade. Ich lauf wieder zurück. Was passiert denn in 30 Sekunden? Ah... Ist das dann nicht, dass die Maps... Ne, resettet wird nicht... Ne, ne. Irgendwas? Er bleibt die Zeit. Er vertreibt die Angreifer. Oh... 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 Mauer reparieren. Alles klar. Bin schneller als ein Centaurer. Ja... Ja... Ich glaube hier ist auch... Hier scheint er jetzt nicht weiter zu gehen. Äh? Er hat schon wieder gepoddelt. Zitadelle. Das ist gut. Okay. Gehen wir da nochmal kurz mit hin. Ja. Schauen wo es lang geht. Oh... Hier haben wir ja die Hucke voll bekommen. Ach... Das war ein taktischer Rückzug. Ach... Der hat uns auf der anderen Map erstmal motiviert und dann können wir ja uns wieder... Mhm. Und... Okay. Hier kann ich runter. Wohlbefinden! Frisch! Gesunde! Feier! Feier! Leisenzeugen! Der Schwur ist getan. Gästchen, So, rein geht's. So, sehr schön, dann will ich kurz da unten einsammeln und schauen, wie der Aussichtspunkte zu kriegen ist. Oh, achso, da. Handlanger Arbeit, die Ende, erwarte Gratifikation und los. Gott, ganz viel Müll, den es hier gibt. So, warte mal, da musst du, warte, warte, warte. Ja. Ah. Da werden die Treppen hochlaufen. Ja. Treppe, dann hier, über die Balken, wer baut sowas? Da musst du einmal um die Kuppel halt rum. Kannst du da nachher rumlaufen. Aber hier müsste ich doch jetzt hoch. Die habe ich jetzt erkundigt, letztes Mal. Oh, hier, die Treppe, noch ein Stück die Treppe hoch. Ah, da. Kann ich ins Loch reinfallen. Sieht da hinten fast wie Götterfels aus. So große Stadt. Ja. So, aber in dieser Ecke sagen wir mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss. Vielen Dank.